Hallo Ladies, ich freue mich, dass Sie da sind. Heute gibt es ein, tja, wieder ein Experiment, aber nur filmisch. Ich möchte Ihnen, dieses Video heißt Schminken für Anfänger und ich möchte Ihnen wirklich gute Schminkbasis, richtige Basic-Schminktipps geben, weil doch eine etwas, ja, nicht mehr so ganz junge Haut, doch ein bisschen anders zu schminken ist, als eine ganz straffe, glatte, eines 16 bis was auch immer jährigen jungen Mädchens. Aus dem Grund teile ich diesen Film in zwei Abschnitte und zwar am Anfang kommen die Augen dran und dann am Ende kommt das Make-up dran. Ich erkläre es Ihnen sofort. Bis gleich. Barbara F., ganz kurz zum Anfang. Die Idee dazu, dass ich das teile, die kam mir dann einfach beim Machen, weil ich mir gedacht habe, ich kann es nicht, dass ich Ihnen wirklich die guten Tipps gebe innerhalb von ganz kurzer Zeit und ich wollte Sie jetzt auch nicht strapazieren. Demzufolge kriegen Sie jetzt den ersten Teil über die Augen und dann beim nächsten Mal gibt es das geschminkte Gesicht. Mit allen Details hoffe ich, dass Sie wirklich gut klarkommen können. Okay? Ich vermute jetzt einfach mal, dass diesen Kanal hier keine 14-Jährigen gucken. Deshalb möchte ich jetzt den etwas älteren Semestern, die schon eine Weile auf der Erde sind, zeigen, wie man so die ganz großen Grundbegriffe, den Anfang vom Schminken machen kann. Ich lese immer wieder in den Kommentaren, dass ich finde es immer so lieb, dass Sie schreiben, Sie haben ein Video geguckt und dieses Schminken, dieses unglaublich schwierige Schminken hat sich erschlossen und ist jetzt auf einmal ganz einfach. Das Allererste ist, dass Sie Ihrer Haut Feuchtigkeit zuführen müssen. Das ist mal die allererste Stufe. Ich habe das bereits gemacht und zwar habe ich es mit Rosenwasser gemacht. Ich habe Ihnen vor ganz wenigen Filmen dieses Rosenwasser vorgestellt. Vielleicht haben Sie Lust zu gucken. Und Rosenwasser ist einfach so ein Produkt, was die Haut enorm anfeuchtet, was super gut ist und was den Ton der Haut verbessert. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, die Haut ab einem bestimmten Alter als reif zu bezeichnen. Reif ist ein Apfel, reif ist, ich weiß nicht was, wie kann eine Haut reif werden? Meine Haut ist nicht mehr so gespannt, hat nicht mehr den Tonus, ist weicher. Aber wo soll die reif sein? Aber gut, lassen wir das. Dieses Rosenwasser, das ist dafür da, dass es eigentlich die Basis macht, wenn man raue Haut hat oder wenn man sehr trockene Haut hat, ist Rosenwasser einfach total die Basis, dass alles andere, was Sie dann drauf tun, ich verspreche Ihnen, es wird nicht viel sein, dass das dann auch wirklich funktioniert. Und dann warten Sie eine Weile. Also wie gesagt, ich habe das Rosenwasser drauf. Und lassen Sie dem Rosenwasser ein bisschen Zeit, ein paar Minuten wenigstens, dass es wirklich gut einziehen kann. Sie können es einfach auf die Hand nehmen, dass Sie nichts vergeuden und mit der anderen Hand dann einfach und dann so einreiben. Oder Sie können es natürlich in ein Spray reingeben und einmal scht machen. Habe ich auch in dem anderen Video gezeigt. Die Methode funktioniert auch, aber wenn Sie bereits irgendwie Ihre Haare frisiert, geföhnt, irgendwas haben, dann ist diese Methode nicht so produktiv. Ich habe Ihnen ja angekündigt, dass der Film in der Konzeption nachträglich entstanden ist und deshalb bin ich jetzt zwischendurch mal ganz kurz geschminkt. Aber ich möchte Ihnen ganz was Wichtiges sagen, nämlich, dass ich noch ganz, ganz viele Tipps habe für Sie und dass ich einfach Ihnen vorschlage, klicken Sie doch mal auf den Link in der Infobox und gucken Sie sich an, was es dann noch gibt. Es gibt noch viel mehr Tipps als diese zwei Filme, von innen und von außen, ein wirklich schönes Anti-Aging. Und dann nehme ich derzeit, das ist eigentlich jetzt so meine, im Moment, Sie wissen, ich wechsle unentwegt, aber das ist im Moment meine Lieblings-Morgencreme. Das ist Santé Naturkosmetik und die hat, es steht zumindest drauf, sofort glättender Effekt. Ja, ich finde, dass sie fast tut, was sie tun soll. Die Haut fühlt sich hinterher sehr angenehm an und ist auch, ich finde, nicht mehr ganz so faltig. Einfach das ganze Gesicht unter den Augen hier runter und dann geht es los. Ich würde immer mit den Augen beginnen, weil ich sehe es immer wieder, viele fangen mit dem Gesicht an, mit Primer und was da so alles dann draufkommt. Ich fange immer mit den Augen an, weil wenn es irgendwas runterbröselt, Sie haben es ja dann auf dem frisch geschminkten Gesicht. Und noch dazu, wir sind ja bei den Anfängern, da bröselt ganz bestimmt irgendwas und dann müssen Sie nochmal von vorne anfangen. Also, fangen Sie mit den Augen an. Und ich klinge mich schon wieder ein, weil jetzt in diesem Film, muss ich Ihnen unbedingt sagen, dieses Rosenwasser und diese Creme, diese Santé-Creme, die gebe ich natürlich auch auf die Augen, auf die Augenlider drauf, also auf das komplette ganze Gesicht, unter das Augenmake-up. Weil das glättet mir die Augen, die Lider eigentlich ziemlich gut. Und es macht sie auch geschmeidiger und bereitet sie vor für das Schminken anschließend. Es ist ganz einfach, wenn Sie eine Weile, wenn Sie eine genug lange Weile warten, dann ist das alles eingezogen und dann verrutscht auch hinterher kein Puder und kein gar nichts, sondern machen Sie das wirklich auf das komplette Gesicht und warten Sie, bevor Sie mit der dekorativen Kosmetik beginnen. Haare sind hinter, es kann losgehen. Übrigens, haben Sie Lust, dass Sie mehr Tipps von mir kriegen, so Anti-Aging rundum, innen, außen, von Kopf bis Fuß, dann schauen Sie doch einfach mal auf den Link in der Infobox unten drunter, die habe ich Ihnen erklärt, wo Sie die finden und schauen Sie mal. Ich glaube, es könnte Ihnen gefallen. Ich möchte Ihnen jetzt einfach mal ganz kurz zeigen, was ich für Produkte nehme. Es sind wirklich nicht sehr viele. Wir brauchen ein bisschen was, um die Augen zu betonen, natürlich auch um die Haut. Und ich beschränke es wirklich auf das Allerwesentlichste. Es ist natürlich jetzt die Frage, was sind Sie für ein Typ? Wenn Sie ein dunkler, rassiger, schwarzer Typ sind, dann stehen Ihnen andere Farben als mir. Und Sie können ruhig mit anderen Farben da experimentieren. Ich habe so eine Palette, ja, ich habe zwei Paletten. Also wir machen einen Lidstrich und da würde ich Ihnen empfehlen, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Farbe Ihnen steht, dann legen Sie sich eine solche Palette zu. Die hat relativ viele Farben und die sind mit Ausnahme von den ganz hellen ziemlich, also dieses Grün und dieses Braun und Dunkel, die sind für Lidstrich nutzbar. Und es gibt Paletten, die haben noch komplett andere Farben, dann können Sie so ein bisschen variieren. Wenn Sie für jede Farbe einen eigenen Lidstrich kaufen, ist das total viel zu viel. Und wenn Sie nur mit Schwarz operieren, kann es sein, dass es Ihnen nicht steht. Und wenn Sie einen Lidstrich kaufen, der flüssig ist, dann passt es nicht für unser Alter. Flüssiger Lidstrich funktioniert nicht. Er marschiert absolut nicht über die Falten drüber. Das tut dem Puder viel, viel besser. Viel besser. Und demzufolge nehmen Sie einfach irgendeine Lidschattenpalette und tragen den Puder dann auf. Also als allererstes fange ich an mit dem Augenlid. Sie sehen, ich habe Weißgott-Schlupflider und die sind einfach nicht wegzudenken und wegzuretuschieren. Die kann man nur kaschieren. Ich habe jetzt dafür extra einen sanften Puder. Der hat hier so eine leichte Tonung, aber der ist etwas dunkler als die Haut, also zumindest als meine, wenn ich den so herhalte. Und der ergibt eigentlich einen ganz guten, sanften Lidschatten. Zuerst kommt der Lidschatten und dann kommt der Eyeliner, also praktisch der Eyeliner, der Strich drüber. Andersrum funktioniert es nicht, weil Sie dann Ihren Eyeliner wieder aufhellen oder in eine Farbe versetzen, die Sie nicht wollen. Also, ich mache jetzt hier einfach mal oben drüber. Sehen Sie, wenn Sie jetzt einen Lidstrich schon hätten, dann würde der voll Puder werden. Ich mache mal ganz kurz die andere Seite auch mit. Wenn Sie jetzt mutig sind für den Anfang, können Sie natürlich einen dunkleren nehmen. Aber damit machen Sie mal schon gar nichts kaputt mit diesem hellen. Und dann, das ist sozusagen auf dem Auge die Basis. Unten steigen Sie einfach so nach oben aus auf beiden Seiten, dass der Lidschatten nicht tiefer runterkommt. Das würde die Augenlider oder das würde die ganzen Augen hängen lassen. Und das ergibt dann genau das Gegenteil von dem, was Sie wollen, nämlich einen hängenden. Und es hängt ja eh alles ein bisschen, zumindest. Also, lieber eine aufsteigende Linie hier. Und jetzt kommt bereits der Lidstrich. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Sie können diesen ganz klassischen Katzenzungenpinsel nehmen. Sehen Sie den? Der hat eine relativ breite Borste. Oder, das ist jetzt einer, den habe ich mir im Drogeriemarkt gekauft. Der ist viel, viel schmaler. Sehen Sie das? Also, ich nehme jetzt den da hier, um es Ihnen zu zeigen. Ich feuchte den ganz leicht an, aber er darf wirklich nur ganz minimal. Er darf gerade feucht sein. Wenn Sie grünlichere Augen haben als ich, dann könnten Sie den grünen nehmen. Es ist jederzeit machbar. Auch eigentlich könnte ich jetzt mal den grünen nehmen. Und jetzt setzen Sie einfach hier den quer an und ziehen rüber. Der Pinsel darf wirklich feucht sein. Er darf nicht zu feucht sein und er darf auch nicht zu trocken sein. Sonst funktioniert diese Methode nicht. Sie müssen den Puder in irgendeiner Form flüssig machen. Das müssen Sie ein bisschen ausprobieren. Nach vorne leicht hin verlaufen lassen und nach hinter darf es ruhig dicker werden. Und in die Gegenrichtung ziehen. Weil, wenn Sie so viele Falten haben wie ich, dann kommen Sie nicht da drüber. Also von vorne nach hinter ziehen und von hinten nach vor ziehen. Und dann probieren Sie, dass Sie hier hinten am Ende gerade hinter gehen. Nicht einen Bogen nach unten machen, sondern gerade hinter ziehen. Und dann füllen Sie von dem unteren Augenwinkel aus, das Lid nach oben aus. Es sieht im Alter und mit nicht mehr ganz junger Haut einfach schöner aus, wenn die Augen betont sind. Und zwar unten drunter auch nochmal eine andere Farbe nehmen. Oder Sie machen es in der gleichen Farbe. Auf jeden Fall ist, ich finde es definitiv besser, mit Strich unten drunter fallen die Augen mehr auf, als wenn Sie den nicht haben. Das ist ganz deutlicher auch jetzt bei mir. Das Auge ist geschminkt, das nicht. Welches ist deutlicher? Das natürlich. Sehen Sie, wenn das jetzt krümeln würde, was es durch den feuchten Puder nicht tut. Und weil ich natürlich Übung habe, würde das jetzt alles hier unten hängen inzwischen. Und Sie könnten da unten nochmal neu anfangen. Also, das ist jetzt schon mal gar nicht dumm. Wenn Sie jetzt mutig sind und wenn Sie glauben, Sie vertragen das und Sie mögen das, dann könnten Sie jetzt eine etwas dunklere Farbe nehmen und muss aber nicht. Wenn Sie sich erst ans Schminken gewöhnen wollen, ist das bereits total okay. Und wir tuschen ja noch die Augenwimpern und dann kriegen die nochmal mehr Ausdruck. Aber Sie könnten eine dunklere Farbe nehmen. Ich mache das alles immer mit den Fingern, weil, ich weiß auch nicht, Sie können auch einen Pinsel nehmen. Sie könnten den Pinsel nehmen, aber ich finde immer, dass mit dem Pinsel die Farben nicht so intensiv kommen. Aber ich zeige Ihnen das. Nehmen einen Pinsel und eine dunklere Farbe und gehen in das hintere Dreieck. Machen die Augen ein bisschen zu und gehen in dieses Dreieck hier rein. Irgendwo gibt es einen Knochen, wenn Sie da drauf gehen. Und an dem Knochen entlang, okay, sehen Sie, jetzt haben Sie da hinten ein ganz leicht dunkleres Eck schattiert. Das macht die Augen noch einmal ein bisschen, vor allen Dingen, wenn Sie Schlupflider haben, das kaschiert es noch einmal ein bisschen. Das Dunkle nimmt ein bisschen das Hängende zurück. Jetzt fehlt Augenbraue, ganz, ganz wichtig und natürlich Wimperntusche. Diese Wimperntusche von der Judy Williams, die hat so kleine eingearbeitete Härchen, die pushen die Augen, die Wimpern noch einmal ein bisschen und dann gibt es mehr Volumen. Fangen Sie unten an, rütteln Sie ein bisschen, ein bisschen rütteln. Vorsicht, dass Sie keine zutige Bürste nehmen, dass Sie sich jetzt irgendwie verschmieren oder ins Auge kommen. Aber Sie gucken einfach so runter, ziehen das Augenlid hoch und fangen hier unten drunter an und machen das Ding nach oben. Jetzt brauchen wir noch die Augenbrauen. Graue Augenbrauen machen alt. Also, dann nehmen Sie lieber einen helleren Braunton, probieren Sie es, ob Ihnen das gut steht oder wenn Grau gut ausschaut, ist es auch okay. Ich nehme dafür ganz einfach das hier wieder vom Anfang. Dann nehme ich jetzt diesen etwas breiteren Pinsel dazu, den ich Ihnen gezeigt habe, diesen weichen, hier rein. Fang einfach vorne an und nehme den Pinsel quer und ziehe hier rüber. Möglichst nicht so einen riesengroßen, fragenden Bogen, sondern wenn es irgendwie geht, glatt rüber. Den Pinsel erst quer nehmen und dann drehen und rüberziehen. Sie haben das eben nur raus. Ich schwere es Ihnen. Ja, jetzt sind wir im Prinzip mit den Augen fertig. So, das war der erste Teil. Ich danke Ihnen, Ladies, dass Sie dieses Experiment mitgemacht haben, aber es hat sich für mich einfach so ergeben. Im nächsten Film kommt dann praktisch das Gesicht und wie Sie damit umgehen, dass Sie damit gute Ergebnisse kriegen. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich und Sie können wirklich mit dieser profunden Erklärung was anfangen. Es würde mich riesig freuen. Jetzt am Ende von dem Video wäre es schön, wenn Sie einfach mal schauen würden, ob Ihnen die anderen Dinge, die ich Ihnen noch sage, ob Sie die interessieren. Ich bin ziemlich sicher. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Ich freue mich über jeden Kommentar und über jedes Abo und jeden Daumen und sage Tschüss, bis zum nächsten Film. , bis zum nächsten Film.